ja hallo grüß gott ich habe jetzt gerade gesehen dass hier fotografiert wird ist das nikolaus und was ist hier los also wir sind aus polen und wir organisieren heute einen weihnachtsmarkt in münchen und dort werden wir sammeln geld für kinder aus uganda und wir bieten dort gegrillte polnische wurst und andere spezialitäten also wenn jemand los hat dann wir sind heute im k2 bar in münchen das haben wir schon angeschaut und da werden wir halten wenn wir nachher gleich hochladen damit noch leute kommen wie lange seid ihr dort und wir werden dort bis 19 und ich werde dort kinder schminken also ja wenn jemand lust hat dann bitte können sie kommen in welchem stadtteil ist das nochmal es ist in münchen ja münchen ist groß einen augenblick in perlach ja das werden wir noch einblenden dann vielen dank und viel spaß ja danke sehr und hoffentlich bis bis dann servus ciao